Vom öffentlichen Verkehr mit Straßenbahn und Busnetz bis zur umfassenden städtischen Grünraumpflege, von der Wasserversorgung für mehr als 400.000 Menschen bis zum Betrieb des Grazer Flughafens, von der effizienten Müllentsorgung bis zu den vielfältigen Freizeiteinrichtungen. Die Holt in Graz ist als modernes und serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen mit rund 2.700 Beschäftigten der Garant dafür, dass die komplexe Infrastruktur im Großraum der steirischen Landeshauptstadt auf allen Ebenen funktioniert und ständig erneuert und ausgebaut wird. Die Förderung des eigenen Fachkräftenachwuchses in insgesamt 33 Berufssparten ist traditionell ein Schwerpunkt der Unternehmensphilosophie und auch für Euroskills Graz 2021 ist die Holt in Graz ein maßgeblicher Sponsor. Die Holt in Graz ist umfassender Dienstleister in der Stadt und auch ein umfassender Sponsor. Wir sind froh und stolz, dass wir diesen Berufswettbewerb in der Stadt Graz unterstützen können.